Wer meine Videos schon länger verfolgt, der weiß, dass vor allem für große Akteure die Liquidität im Markt das A und O ist und dass der Preis sich oft zur Liquidität hin bewegt und deshalb werde ich euch einmal meine Strategie aufzeigen, wie ich hier mit Liquidierungszonen arbeite, welche Tools ich nutze und vor allem auch welche Einstellungen innerhalb dieser Tools ich verwende, um diese Zonen zu erkennen und vor allem dann auch sinnvoll zu nutzen. Wir werden auch ganz allgemein darüber sprechen, warum das überhaupt funktioniert, warum überhaupt für Profis und Wale die Liquidität so relevant ist. Falls dir dieses Video hier gefällt und dir einen kleinen Mehrwert bietet, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonnier auch gerne hier den Kanal, dann verpasst du keine weiteren Updates mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ganz wichtig zu erwähnen, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten und es gibt nicht den einen Indikator oder die eine Strategie, die euch eine hundertprozentige Trefferquote liefern werden, auch wenn euch da draußen einige das vielleicht erzählen mögen, so ist es in der Realität nicht und es führt kein Weg daran vorbei, die Basics auch drauf zu haben. Und dafür empfehle ich euch hier die Videoreihe auf meinem Kanal, 8 Stunden Videomaterial zum Thema Trading von A bis Z, weil ohne Risikomanagement, ohne Moneymanagement beispielsweise werdet ihr langfristig Verluste einfahren, deswegen schaut euch das gerne auch in Ruhe nochmal an, das findet ihr hier auf meinem Kanal komplett kostenlos, woanders müsstet ihr wahrscheinlich hundert oder tausende Euros für zahlen, hier findet ihr das kostenlos von A bis Z und dann seid ihr auch top vorbereitet dafür. Die Videoreihe findet ihr auch ganz einfach hier unten in der Videobeschreibung und was ihr auch noch zusätzlich findet, ist die Börse, die ich selber nutze, das ist hier einmal BingX, meiner Meinung nach aktuell eine Top-Börse mit den geringsten Gebühren, wenn man das hier mal mit dem Markt vergleicht, auch von TradingView selbst als die beste Krypto-Broker-Börse 2021 und 2022 bewertet worden und da könnt ihr auch beispielsweise Indizes und Rohstoffe traden, falls euch das ganz interessiert, meldet euch gerne hier mit dem Link in der Videobeschreibung an, damit unterstützt ihr auch diesen kostenfreien Content und bekommt auch nochmal 50 Dollar gratis zum Traden, um die Plattform mal zu testen und wenn ihr damit dann Profite einfahrt, könnt ihr die rauszahlen, also mit dem Link habt ihr auf jeden Fall die besten Konditionen für diese Plattform und unterstützt auch hier diesen kostenlosen Content und den Kanal. Beginnen wir jetzt einmal mit der Theorie, warum brauchen überhaupt große Trader, Wale, Profis, egal wie man sie nennen mag, Liquidität? Sie handeln mit sehr viel Volumen und wenn gerade im Markt wenig los ist, würden sie die Märkte zum einen sehr stark bewegen und zum anderen ihre eigenen Handelsstrategien sehr ineffizient abwickeln, weil in den Orderbüchern wenig Liquidität vorherrscht. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn Grewe auf den Wochenmarkt geht und da seine Äpfel kaufen möchte, würde auch nicht funktionieren, weil die Stände dann einfach ihre Preise erhöhen würden, weil sie wüssten, okay, die müssen jetzt hier kaufen und haben gar keine andere Wahl und wir haben sehr wenig Angebot, aber dafür sehr viel Nachfrage und entsprechend würde dann ja sehr ineffizient eingekauft werden. Wie entsteht aber im großen Stile vor allem Liquidität? In erster Linie durch Liquidierungen und dazu habe ich mal hier so ein kleines Schaubild mal vorbereitet, wie überhaupt Liquidierungen entstehen. Auf den Future-Märkten natürlich entstehen Liquidierungen, weil man dort mit Leverage einsteigen kann. Als Beispiel hier Entry-Preis 1000 Dollar und Margen 100 Dollar. Das bedeutet, jemand geht mit 100 Dollar in einen 1000 Dollar Trade rein, Hebel bzw. Leverage würde 10 Dollar bedeuten. Könnt ihr euch so vorstellen, der Trader leiht sich sozusagen 900 Dollar, hat selber 100 Dollar dabei und kann einen Trade von 1000 Dollar eingehen. Leverage 10%, weil das 10-fache von der Margen als Position eröffnet wird und dann ist natürlich die große Frage, wenn er sagen wir mal long geht, also darauf wettet, dass der Kurs hoch geht, kann er ja nur 100 Dollar verlieren und müsste dann die Position bei 900 Dollar schließen, weil dann hätte er genau hier 100 Dollar Verlust gemacht, mehr kann er ja nicht als Verlust machen, weil er ja nur selbst 100 Dollar mitgenommen hat in den Trade und müsste dann die Position schließen. Und weil er ja gekauft hat, also darauf gewettet hat, dass der Kurs nach oben geht, schließt er die Position, indem er den Kontrakt verkauft und wir haben dann hier Verkaufsdruck. Andersrum, wenn jemand darauf wettet, dass der Preis runter geht, also den Preis oder den Kurs shortet, dann würde das gleiche Spiel nach oben hier gehen. Wenn der Kurs bei 1100 landet, dann müsste er die Position zwangsschließen, weil er auch da nicht mehr Verlust als 100 Dollar machen kann und in dem Beispiel müsste er dann den Kontrakt kaufen, weil er ja vorher auf fallende Kurse gewettet hat. So entstehen Liquidierungszonen und damit kann man dann vor allem durch die Daten, die durch die Börsen bereitgestellt werden, ganz einfach ermitteln, wo vor allem im großen Stile Positionen eröffnet worden sind, mit großem Hebel eröffnet worden sind. Und genau in diesen Zonen entsteht halt Liquidität, weil man da halt weiß, da müssen Positionen zwangsliquidiert werden, da gibt es dann Short-Liquidierungen, Long-Liquidierungen und die Positionen werden dann zwangsgeschlossen, also zwangsgekauft oder verkauft und dann kommt halt Liquidität in den Markt. Und wenn man beispielsweise dann sich das mal anschaut, wie historisch gesehen das aussieht mit den Liquidierungszonen, ich werde euch gleich auch erklären, wie das Ganze hier ermittelt wird oder eingestellt wird, besser gesagt, damit man hier überhaupt diese Linien bekommt. Hier ganz einfaches Beispiel, als wir hier bei 24.600 US-Dollar waren, gab es nach oben hin keine Short-Liquidierungszonen, aber dafür Long-Liquidierungszonen. Wir sind genau hier runtergefallen auf diese Liquidierungszone, weil der Preis dann auch runtergegangen ist, haben dann noch mehr Leute dann geschortet, weil die dachten, der Preis geht noch weiter runter. Dadurch sind dann diese Short-Liquidierungszonen entstanden und jede einzelne wurde abgearbeitet. Wir sind sogar hier am 21. Februar perfekt auf diese Liquidierungszone gestiegen, damit auch diese Short-Positionen dann liquidiert werden. Man sieht auch immer sehr gut hier beispielsweise, als die Long-Positionen liquidiert worden sind hier unten, dass das Open Interest gefallen ist, also die offenen Kontrakte wurden dann geschlossen, also ein Zeichen dafür, dass dann auch wirklich liquidiert worden ist. Auch hier die Short-Liquidierung waren dann alle weg, dann hatten wir wieder nur Long-Liquidierung, der Preis ist hier wieder runtergefallen auf diese Zone am 22. Februar. Und ihr seht auch, wie die Kurse dann an diesen Punkten dann teilweise auch drehen und das ist genau dieser Zusammenhang, wo große Akteure, wo Wale und Profis diese Liquidität aufsaugen. Beispielsweise die Short-Liquidierungen passieren, also die Kontrakte werden gekauft und in diese Kontrakte können dann die Wale effizient rein verkaufen, also die verkaufen dann hier, deswegen fällt der Kurs. Andersrum genauso hier, die sorgen dafür, dass der Kurs hier runterläuft, dass die Long-Positionen liquidiert werden, dass entsprechend dann die Positionen liquidiert und verkauft werden und diese Liquidität kaufen sie dann auf und der Kurs dreht dann hier wieder. Also das ist dieser Zusammenhang, den ich gerade eingangs meinte, dass sie die Liquidität brauchen und diese dann auch nutzen, um die eigenen Handelsstrategien dann abzuwickeln. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Magnet, wo je mehr Liquidierungszonen liegen, desto stärker wird der Kurs auch dahin gezogen. Wenn man mal hier rüber geht, haben wir genau das hier auch jetzt gesehen und das ist auch immer meine Erfahrung, auch von meinen eigenen Videos. Ich zeige euch das ja immer wieder, dass diese Zonen so entstehen und wenn wir dann hier so einen Aufwärtstrend haben und ich euch sage, passt auf Leute, nach unten hin haben wir sehr viele Long-Positionen zu liquidieren, sind immer die gleichen Kommentare dann zu lesen, weil das Sentiment ja sehr positiv ist, wir steigen, wir steigen, wir steigen und dann komme ich und sage, ja passt auf, wir könnten fallen, weil sehr viel Liquidität unten noch abzuholen ist. Und dann sagen wir, ja, du bist jetzt wieder Short eingestellt, aber das sehen wir genau hier in diesem Beispiel auch, wie der Kurs hier runtergezogen wird, weil einfach unten mehr Liquidierungen zu holen sind. Wie bekommt man jetzt aber diese Liquidierungszonen in den Chart? Ich nutze dafür Highblock, das ist eine Plattform, die genau diese Daten anbietet und bereitstellt. Es gibt auch andere Plattformen, es ist jetzt hier keine bezahlte Partnerschaft oder sowas, sondern ich nutze das selber, wisst ihr von meinen Videos, ist auch nicht wirklich günstig, muss man sagen. Deswegen stelle ich euch das ja auch immer bereit, auch hier in den Telegram-Gruppen oder im Channel hier poste ich das immer wieder rein, dass ihr auch hier beispielsweise die Heatmap habt etc. Auch diesen Channel findet ihr hier in der Videobeschreibung, könnt ihr komplett kostenlos auch rein und da poste ich das immer rein, falls ihr euch das jetzt nicht unbedingt kaufen wollt. Und wenn ihr hier im Chart aber seid, auf Highblock seid, will ich euch das natürlich auch nochmal zeigen, wie ihr diese Zonen reinbekommt. Ihr geht hier oben auf Indikatoren und geht dann hier auf Liquidity und da seht ihr schon die verschiedenen Liquidierungslevel, Longposition, Shortposition, 25er, 50er und 100er Hebel von Bitmax bezogen. Ich werde euch auch gleich einmal aufzeigen, wie ihr auch von Binance die Heatmap bekommt. Hier packt ihr euch alle einmal in den Chart und dann habt ihr hier oben links das Ganze einmal drin. Was wichtig ist, was ich selber nutze und erfahrungsgemäß, was eigentlich auch ziemlich gut funktioniert, ist, dass man die 25er und 50er, ihr drückt hier einmal auf das Zahnrädchen, geht auf Inputs und macht Open Duration auf 31 Tage. Das ist meine Erfahrung, das hat ziemlich gut funktioniert in der Vergangenheit, kann sich aber auch natürlich ändern, falls sich der Markt nochmal ändert. Und bei den 100er Hebeln habe ich da 9 Tage eingestellt. Also das ist nicht standardmäßig so, das habe ich selber umgestellt und entsprechend müsst ihr das auch nochmal ändern, damit ihr hier auch die gleichen Linien bekommt. Unten habe ich noch Open Interest, das findet ihr auch unter Indikatoren. Wichtig ist natürlich generell Sentiment im Markt herauszufinden, wenn der Kurs beispielsweise steigt und auf den Future-Märkten das Open Interest steigt, die Funding-Rates steigen. Dann kann man sehr stark davon ausgehen, dass der Preis durch die Future-Märkte angetrieben worden ist und dass das halt dann auch entsprechend gefährlich sein kann. Dazu eignet sich auch beispielsweise Trading Lite, nutze ich auch für Order-Bücher. Das sind keine Liquidierungszonen, sondern wirkliche Order, die in den Order-Büchern drin liegen, weil ich finde das hier nochmal ein bisschen schöner dargestellt. Auch das findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch hier beispielsweise die Funding-Rates anzeigen lassen. Immer wenn die Funding-Rates beispielsweise stark nach oben gehen, also die Differenz zwischen Future-Märkten und Spot-Märkten sehr hoch ist, also in erster Linie durch die Future-Märkte angetrieben ist, dann wird es immer wieder gefährlich. Das wisst ihr auch von meinen Videos. Das muss man immer so ein bisschen in Kombination sehen. Wenn der Markt beispielsweise durch irgendeine Fundamentale-News, durch Makro-Daten angetrieben wird, wo viel Spot gekauft wird etc., dann muss man das auch dann geringer bewerten, geringer gewichten. Die Liquidierungszonen, wenn aber sehr viel über die Future-Märkte kommt, dann entsprechend dann halt auch umso stärker gewichten. Das ist meine Herangehensweise, wie ich da das Ganze für mich dann als Gesamtzusammenhang bewerte. Ganz wichtig, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber es ist mir nochmal wichtig zu betonen, wenn man jetzt hier eine Zone sieht beispielsweise, bedeutet das nicht, dass man da seine Order reinlegt, sondern wirklich das Ganze sozusagen als Magnet sinnbildlich verstehen. Je mehr Zonen hier unten sind, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Kurse dann hierhin reinlaufen, weil der Markt möchte oder es passiert. Es ist in der Natur einfach auch so gegeben, dass die meisten natürlich ihr Geld verlieren, dass die Liquidität abgeholt wird. Ich habe es euch gerade erklärt, warum auch vor allem große Akteure daran Interesse haben. Deswegen versteht das hier als Magnet und nicht als exakte Zonen, wo ihr eure Order drin habt. Also das könnte dann auch ja entsprechend gefährlich werden, weil wir dann nicht jede Zone abarbeiten. Und was ganz wichtig ist, wenn wir vor allem sehr viele Zonen mit großen Mengen haben, werden wir gleich uns auch anschauen, dann ist auch natürlich dann die Möglichkeit für einen Long oder einen Short Squeeze. Was ist das? Wenn beispielsweise dann hier die Long Position liquidiert werden und ganz viele verschiedene Long Liquidierungslevel hintereinander liegen, dann wird eine nach der anderen abgearbeitet, weil dann nochmal so ein Lawineffekt sozusagen entsteht. Durch die geschlossene Position entsteht dann nochmal mehr Verkaufsdruck, nochmal mehr Verkaufsdruck. Und andersrum bei einem Short Squeeze, wenn der Kurs hochgeht und die Short Positionen zwangsgeschlossen werden müssen und entsprechend die Kontrakte gekauft werden, bekommen wir dann einen Short Squeeze und das geht dann parabolisch nach oben. Das muss man auch nochmal separat betrachten, wie die Zonen gewichtet sind. Und dafür eignet sich die Liquidation Heatmap. Also die Liquidation Heatmap, wenn ihr hier auf die Produkte geht, dann findet ihr hier die Liquidation Heatmap, hier den Chart, da sind wir jetzt gerade. Und wenn ihr hier auf Liquidation Heatmap geht, dann seht ihr hier sowas. Da könnt ihr euch einmal die Börse aussuchen, habt ihr einmal BitMEX, Bybit und Binance. Ich nutze dafür Binance, weil wir da das größte Volumen haben. Hier könnt ihr euch einmal das Timeframe festlegen, als Beispiel hier mal drei Monate. Und dann seht ihr hier die verschiedenen Farben. Je gelber das ist, desto mehr Liquidierungszonen. Schaut dann nicht auf diese Summen, die da angegeben werden. Das ist auch keine exakte Wissenschaft, weil da nur geöffnete Positionen betrachtet werden und nicht geschlossene. Das stellen die Börsen nicht bereit. Und aus diesem Grund haben wir hier viel höhere Zahlen als in der Wirklichkeit. Aber durch diese Farbskala kann man einschätzen, wo viel Liquidität vorherrscht. Als Beispiel waren wir hier unten, haben diese Liquidierungszonen abgeholt, perfekt hier reingelaufen. Und haben die Positionen liquidiert. Ihr seht danach, nachdem der Kurs dann da war, ist es hier komplett blau. Keine Liquidierungszonen mehr. Und dann zieht es hier wieder nach unten. Man kann das Ganze, wie gesagt, auch in kürzeren Timeframes sich anschauen. Beispielsweise 12 Stunden drückt man hier auf Run und bekommt dann das hier. Kann man hier das Ganze sich auswählen und die verschiedenen Zonen sich dann nochmal genauer anschauen. Auch hier, je gelber das hier im Chart dargestellt wird, desto mehr Liquidierungen sind abzuholen. In dem Fall hier beispielsweise 22,8. Ein bisschen mehr Liquidierungen kurz drüber. Hier über dem Kurs jetzt gerade 23,3 wären Short-Liquidierungen abzuholen. Wir haben auch kurz hier mal reingespiked. Das seht ihr auch nochmal schön, wie es danach hier so blau wird. Und dann geht es halt am Ende darum, abzuwägen, was ist wahrscheinlicher, wie sieht die Makrosituation aus, was passiert mit den Finanzmärkten. Sind wir jetzt vielleicht in den letzten Tagen zu stark gestiegen und haben gleichzeitig aber sehr viele Long-Liquidierungen unten abzuholen. Entsprechend ist dann die Wahrscheinlichkeit für einen Dump höher. Und somit könnt ihr dann für euch ein Gefühl entwickeln und auch eine Strategie entwickeln, wie ihr die Wahrscheinlichkeiten dementsprechend einschätzt. Und wodurch ihr dann ein Edge gegenüber dem Markt habt und langfristig dann auch Erfolge feiern könnt. Das ist meine persönliche Strategie, wie ich mit diesen Indikatoren umgehe, wie ich mit Liquidierungszonen umgehe. Weil am Ende des Tages geht es immer um Angebot und Nachfrage. Ich bin kein großer Fan von Chartformationen, sondern schaue eher darauf, wo liegen Supply und Demand. Und kann dadurch dann halt auch viel besser den Markt abschätzen und einschätzen. Und entsprechend merkt ihr das auch in den Videos. Klappt häufig, gibt aber wie gesagt auch keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen nochmal der Reminder, schaut gerne in die Videoreihe rein. Habt die Basics drauf und dann könnt ihr mit solchen Sachen euch dann nochmal mehr die Wahrscheinlichkeiten auf eure Seite holen. Und dann noch profitabler werden, weil anders wird es auf jeden Fall langfristig nicht funktionieren. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Tutorial gefallen. Ist kein Hexenwerk, aber ist einfach wichtig, weil so spielt der Markt. Oft haben viele die Meinung, dass der Markt manipuliert wird und dass die Wale die Kurse lenken. Ja, sie lenken die Kurse, weil sie die Liquidität brauchen und deswegen funktioniert das auch ganz so gut. Wenn euch das hier gefallen hat und einen Mehrwert geboten hat, lasst gerne hier einen Daumen nach oben da. Nutzt gerne den Link zu BingX, da trade ich. Und hier unten findet ihr die Plattform, die Videoreihe und den Newsfeed, wo auch ich diese Charts immer wieder reinposte. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Abo auch gerne da. Ciao, ciao.